Hey Leute, willkommen zum zweiten Teil. Im ersten Teil habe ich diesen Teil des Gebäudes. Es gibt hier noch so einen Anbau. Ich weiß nicht, ob das separat ist oder wie auch immer. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Also viel Spaß! Hier ist zu. Was zu ist, bleibt zu. Neue Tür, neues Glück. Sie ist offen. Schauen wir mal rein. Hier stehen noch verpackte Möbel rum, wie benutzt. Verhalten, alter Drucker. Das sieht hier schon fast wie so ein alter Aufliebkenner oder so. Lagerraum aus. Schauen wir uns mal weiter um. Gucken wir mal gleich. Ich habe jetzt gerade so einen typischen Heizölgeruch in der Nase. Das ist auch der Heizungskeller. Und hier die Tanks. Es scheint hier ein komplett separater Haushalt zu sein, wenn die hier separate Heizung und Öltanks und sowas haben. Und hier sind wir wieder mal reingekommen sind. So jetzt wollen wir uns mal da oben schauen. Hier sind wir gerade hochgekommen. Das ist nicht so zertrauenserweckend. Hier haben wir wieder einen schönen alten Kamin. Hier haben wir einen schönen Tag. Hier haben wir einen schönen Tag. Das ist der zweite Zugang von dem Beinraum, wo ich gerade drin war. Hier haben wir auch ein Treppenhaus. Halte. Filme, so negative von Filmen, so wirklich erkennen, kann ich nix mehr. Da ist nicht mehr viel drauf zu erkennen, irgendwelche Personen oder Gebäude, aber das war's dann auch. Das ist schon irgendwie so ein Dachstörraum gewesen zu sein, direkt unterm Dach. Wow. Wachstel kann man die nix. Hier noch alte Fotos, Fotoalben, Zeugnisse, Kontorauszüge, jede Menge persönlicher Kram. Das ist jetzt noch nicht so ein Zeugnis. Klasse 4 von jemann Jahren 2002. Die sind schon ziemlich alt, auch so 70er, 80er, ich sehe jetzt kein Datum. Dann. Jo. Verbandszeug noch und Löcher. Oh. Jetzt wird's retro. Na, wer kennst du noch? Das gute alte 3210, mein erstes Handy. Mann, ist das lange her. Was haben wir hier noch? CDs. Wer kennst du noch? 90er. Kelly Family. Jetzt wieder groß drauf. Ansonsten noch hier. Mal her. Die Prinzen. Oh. Auch ein Klassiker in den 90er. La Bouche. 97. Alter, bin ich alt geworden mittlerweile. Okay, das ist jetzt mal interessant, also sowas habe ich auf dem Lost Place auch noch nicht gehabt. Ich habe hier gerade einen Kinderausweis. Jahrgang 77. Also was ich gerade so in diesem Raum so an persönlichen Stücken gefunden habe. Alte Vorträumen, Zeugnisse, dieser Ausweis. Ich frage mich wirklich, was ist mit den Leuten, die hier mal waren und warum haben die das nicht mitgenommen? Ich meine, wenn ich wegziehe, dann hole ich das doch irgendwann aus dem Haus raus. Warum lasse ich das hier? Der Kalender war erst nach oben. Ich guck mal erst nach oben. So, Dachboden. Ah. Hier wären wir hochgekommen, wenn wir direkt vorne. Die erste Treppe hochgegangen wären. Hier scheint es noch weiter hoch zu gehen. Aber, das halte ich für keine gute Idee. So morsch und durchgeweicht wie das ist. Daher sehe ich jetzt an der Stelle, wo unten drunter die Seine Ofen stand. Hier kommen wir wieder in den einen Floh, wo wir eben von da gekommen sind. Ich gehe lieber den anderen Weg zurück, den ich gekommen bin, weil die Holztreppe hinten war wenigstens einer aus Stein. So, bleibt jetzt noch hier der Keller. Jetzt noch eine Tür. Ja. Schauen wir irgendwelche Wohnräumigkeiten gewesen zu sein. Hier geht erstmal nichts weiter. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020